hallo ihr lieben und willkommen zurück zu minecraft wir sind jetzt hier ja auf dem weg in unbekannte gefilde ich würde ehrlich gesagt ein bisschen schlafen aber ich habe kein holz mit das ist ärgerlich pass auf wir gehen noch mal hoffentlich tötet mich das jetzt hier nicht so ich leuchte mal hier ein bisschen aus ja es klappt ja wunderbar ja dann komm mal her mein freund ich weiß nicht wieso aber ich will jetzt unbedingt ich bin so stur hallo wie geht es euch alles gut soweit ich würde gerne einen baum schlagen ich weiß warum hat nichts getan ich will aber trotzdem schlagen aufgrund von holz ich will holz haben so hier sieht es eigentlich recht gemächlich aus frei von zombies das wäre ja echt eine wonne so ganz schnell ja ich habe es gesagt und da hinten ist so schon der erste zombie so dann komm mal her mein freund richtig du bist nicht mein freund hast du gut erkannt bin stolz auf dich kann ich da hinten auch noch oder habe ich jetzt hier genügend 24 ich habe eine schere freund sahne komm her so habe ich drei guck mal an so pass auf holz ja ich schaffe das ihr wisst was ich machen möchte oder ich denke mal das wird jetzt kein geheimnis mehr sein so dann gucken wir mal wieder einstiegspunkt gesetzt ja geh mal hier von wegen wieder einstiegspunkt ich gebe dir gleich wieder einstiegspunkt nein warte mal wir können doch so so da haben wir drei schilder jetzt kann ich es mitnehmen genauso der tag ist angebrochen wir sind wieder frei von monstern ich werde jetzt erstmal halt diesen weg nach rechts beschildern mit so wo ist er denn so 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 Staffel 2 first try so dann können wir jetzt alle wissen so da hinten was heißt da können wir alle wissen was das denn für ein deutsch da wissen wir alle wenn wir jetzt da hingehen first try Staffel 2 gut das war jetzt halt anders als geplant ein Reim dann ich bin so neugierig ich hätte schwören können dass wir wie bin ich denn zum biome gekommen zum oh mein gott hilfe ach warte mal das haben wir doch so gesucht haben wir uns trotzdem anderes okay ich sollte wirklich ab und zu mal ein Fäckelchen ich hoffe wir kriegen keine offene nuss ja das habe ich schon gedacht das kann jetzt ein bisschen heiter werden ja geronimo alter ist das schön hier muss ich ja sagen aber tatsächlich ich will nicht sterben ich bin noch zu jung zum sterben alter hätte ich keinen bock auf uns oder der Ghast zu Ghast bei Freunden aha den hat bestimmt auch noch nie jemand gebracht ich bin voll hier irgendwie der Trendsetter okay ich würde hier gerne vor ein Screenshot machen aber noch wir haben ja gerade erstmal angefangen die Folge gerade mal 5 Minuten um und zweitens ich glaube mit dem Ghast im Rücken ist jetzt hier schlecht Screenshots machen deswegen behalten wir uns erstmal die Freiheit und laufen erstmal nur vorsichtig allein hier schon so rum zu laufen ist grenzt schon an an Wahnsinn nein bitte 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 nicht nein 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 so willst du unbedingt Schläge ja willst du Schläge alter ohne Witz Hilfe ich möchte gar nicht schlagen wenn es weiter geht ja die könnten mich hier locker runter boxen oh dann habe ich ein Problem Hilfe was hatte ich denn hier bitte für einen Bock dahin zu latschen alter Schwede stimmt ich erinnere mich ich glaube mittlerweile erinnere ich mich tatsächlich da hinten ist unser da hinten da ist unser Ziel da wollen wir hin ich will jetzt einmal nach Hause ok na komm so aha ah ja so ganz genau das habe ich mir gedacht ich habe mir gar nichts gedacht ganz ehrlich ich will es hier nur ein bisschen babbeln damit ich meine Nervosität hier ein bisschen überspiele weil tatsächlich ich habe nicht wirklich viel Lust jetzt hier runter zu fallen noch aber ich glaube das wird mir erspart allerdings sind hier Viecher äh Viecher die mir Böses wollen Hilfe geht weg warum seid ihr so warum könnt ihr nicht anders sein zur Seite tschüss la 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 fuck you sir was und hier muss ich ey wenn wir hier in unserer alten Region sind dann muss ich sorry Shader Cuda New Plus nicht vergessen ne mimme einfach nochmal wieder so ein bisschen rumlaufen das machst du jedes Mal ja ich weiß das warst ein Paket work 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 so das weg und das dahin oh ja baby oh ja was was war das denn bitte für ein Geräusch oh ja wir sind zuhause wir hatten ein Leuchtturm gebaut das stimmt oh mein Gott ja achso ne die Kirche ist oh ja das die Musik brauche ich ein bisschen lauter ja ich bin zuhause soll ich von hier nee oder nee noch nicht oh ist das schön ich bin zuhause ja ich merke ich habe viel experimentiert so hundis so guck mal hier aha ja ah ja boah außen hui in fui oder wie oh mein gott aber das war noch diese ganz alten oh mein gott ja gut das war jetzt halt weniger alt aber da hatte ich echt bock da hatte ich echt bock so aha hier hätten wir Regale machen müssen warum habe ich das nicht gemacht so ein bisschen Pseudo-Intellektualität oh Intellektualität geht das? Intellektualität? Pseudo-Intellekt aha daran erinnere ich mich gar nicht mehr das ist schön hier erinnere ich mich stimmt dann mussten wir hier stimmt on top of the world oh ja oh ist das schön ganz ehrlich oh und da hinten guck mal da hinten unser Park und die Brücke diese mega überdimensionierte Brücke war das hier oh mein gott Nostalgie und hier den Minipark den ich machen wollte ich weiß nicht was ich mir da versprochen habe von aber schön ach ich finde das schön könnt ihr sagen was ihr wollt ich finde das schön da hinten hatte ich auch noch was oh mein gott ja ich würde sagen das lohnt sich 10 35 so perfekt gut ihr lieben so warum so ich mache jetzt die abkürzung haha diesmals geklappt oh so ist die frage wo gehen wir ruhig durch hier hier hoch und hier oh mein gott oh mein gott oh hier ging es auch hoch schön schön unsere heimat oh mein gott oh mein gott ich erinnere mich an alles na klar hier dran erinnere ich mich sowieso hier war ich ja vor kurzem einmal nur um zu gucken was ist das hier ist das ist hier halt die Hühnerfarm mit Kühe und Schweine wie kommt ihr da rein jetzt war im ernst ernsthaft ihr geht ihr kommt von hier oben und springt hier rein und wundert euch ich habe dafür auch keine Erklärung was die Insel die Portal Insel oh mein gott süß 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 ich weiß nicht ich kann es nicht anders sagen als süß ist einfach nur putzig da war ein Delfin oh mein gott ein Delfin diese Musik ich möchte einfach nur laufen Sonnenuntergang so vieles was es hier gibt so vieles zu entdecken meine Pilzkühe und Spinis einfach nur schön wie viel Liebe zum Detail da auch steckt warte mal ich muss mal einmal kurz so schön die Nacht auch sein mag aber sie stört halt doch momentan einmal kurz hier schlafen na toll aber ich habe ja ein Bett dann machen wir das halt so hier geht es nach oben nichts ausgebaut hier nichts ausgebaut Mann, Mann, Mann was habe ich eigentlich gemacht faul war ich faul war ich jetzt darf ich schlafen zwischen all den Tieren ich liebe das ich will das Lied nochmal hören eigentlich aber das ist auch schön das ist auch schön auch von außen konnte man rumgehen ja gut nicht komplett aber hier konnte man durch konnte schon ein bisschen spazieren ich finde das schön da hinten hat wer noch unseren Pferdestall den wir niemals angefangen haben ausgründen ein bisschen habe ich angefangen ein bisschen die Grundsteine sind gelegt nicht stimmt und hier dich mit den Mauern rum experimentiert oh je mini aha doch stimmt der ganze Boden wurde neu ausgelegt Moment ich war richtig kreativ ja gut hier oben glaube ich nicht mehr oder ne hier oben nicht mehr aha ja gut hier soll das große weißen Feld sein und da oben sollte die Mühle hin die Windmühle boah da hätte ich hier wieder Lust drauf ach wie schön juhu ja wieso durch das wäre auch so schön geworden hier die Treppen so hoch habe ich Stufen ich hätte jetzt gerne so ein paar Stufen und dann so zack 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 hoch 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 rauf 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 das wäre toll gewesen und hier hätte man unten drunter gekonnt so von hier rein in das Feld das wäre gut geworden werde ich mit Sicherheit noch mal in Angriff nehmen weil diese Welt ist ja hier nicht naja diese Welt ist nicht aus der Welt mein Gott ja was wollte ich eigentlich machen wieso wollte ich eigentlich jetzt zu meinem Schneebie um warum eigentlich warte mal oh pass auf ich habe die Idee aber das ich gehe mich erstmal nochmal ein bisschen umgucken ich weiß diese Folge ist echt nur eine Sightseeing Folge es tut mir leid nein ich habe ich belogen es tut mir nicht leid Mann 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 da hatte ich Bock da hatte ich Bock diese brücke an das ist eine brücke das ist ein halbes haus das ist ein brückenübergang oh mein gott hier müssen wir eigentlich okay das ärgert mich jetzt wo ist denn hier ja pass auf das machen wir schon so und die fackeln das muss sein jetzt habe ich jedoch wieder was gebaut und ein haben wir stein ich möchte was bauen warum haben wir diesen kloster und links gefriemel hier dieses losland gefriemel schwierige frage schwierige frage aber gut ok akzeptieren wir einfach mal so so jetzt haben wir hier auch wieder beleuchtung hier hätten wir auch diese diese lampen hier drauf oder vielleicht die überlegung war vielleicht in so einer an sowas hier dann hier so also ist das laut gerade lucia benehmen sie sich oh mein gott so ihr werdet ihr werdet mir nachsehen so ich würde sagen ich muss jetzt hier schluss machen weil es mir tut und es tut mir wirklich leid in der nächsten folge werden wir uns das noch ansehen und dann werde ich wieder zurückgehen vielleicht auch noch mal in das alte schneegebiet ich weiß es doch nicht oder vielleicht tatsächlich wieder in staffel 2 wieder ein bisschen mako ok ihr lieben ich würde sagen ich bin raus an dieser stelle macht es gut gehabt euch wohl und bis dann tschüssi